Ein bisschen Benzin, ein Vorgarten und meine Rache an einem Vergewaltiger. Pro Revenge. Menschen erzählen ihre wahren Geschichten, wie sie Unrecht wieder recht gemacht und ihre verdiente Rache bekommen haben. Damals in der High School, leider ist das schon lange her, arbeiteten die meisten Kinder aus der Nachbarschaft in einer Pizzeria. Das war toll, weil wir alle befreundet waren und zusammen abhängen konnten, nachdem die Pizzeria geschlossen hatte. Im Sommer bedeutete das um 23 Uhr war Schluss, so dass wir in diesen Nächten tolle Abenteuer erleben konnten. Das bedeutete auch, dass wir uns alle sehr nahe standen und alles füreinander tun würden. Eines der Mädchen, das mit uns arbeitete, war Cheerleaderin an der High School. Sie war sehr hübsch, aber trotzdem sehr sozial und nett zu allen. Sie war sehr religiös und ging erst mit 17 Jahren mit jemandem aus. Unnötig zu sagen, dass sie auf keinen Fall mit einem Mann zusammen war. Dann kam der Abschlussball und einer der Footballspieler fragte sie, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Sie war sehr aufgeregt, vertraute uns aber an, dass er einer der älteren und sehr großer Spieler war, und das machte ihr Angst. Es gelang ihr, eine Gruppe zusammen zu trommeln und so ein Gruppendate zu organisieren. Am nächsten Tag kam sie zur Arbeit und wir wussten sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie war platt und lächelte nicht. Sie kam an diesem Abend nicht mit zum Spielen und ging direkt nach Hause. Nach einer Woche fanden wir heraus, was passiert war. Nach dem Ball brachte die Limousine alle nach Hause, und sie waren die Letzten, die abgesetzt wurden. Ihre Eltern waren an diesem Abend unterwegs und ihre Schwester war bei einer Freundin, so dass sie allein zu Hause war. Der Junge bat sich selbst herein und begann sofort, sie zu küssen und zu berühren. Wir haben nie viele Einzelheiten erfahren, aber so wie wir es verstanden haben, hatte er ihr die Unterwäsche ausgezogen und seine Hose ausgezogen und hörte nicht auf ihr Flehen, aufzuhören, bis ihre Eltern nach Hause kamen. Er zog sich schnell an und verließ das Haus, bevor sie es betreten konnten. Nachdem ihre beste Freundin davon erfahren hatte, ermutigten sie sie, ihren Eltern davon zu erzählen. Das tat sie, und sie wandten sich an die Polizei. Die Polizei ermittelte, aber nachdem sie den Jungen befragt hatte, behauptete er, es sei alles ihre Schuld gewesen und sie habe ihm gesagt, er solle das machen. Ich kannte das Mädchen seit drei Jahren, wir glaubten ihr, und als nichts passierte, wussten wir, dass es Zeit war, sich an ihm zu rächen. Ich will ehrlich sein, unsere Gruppe bestand hauptsächlich aus Computernerds, D&D-Typen und einigen guten Automechanikern. Wir verfügten nicht über die gleichen sozialen Fähigkeiten wie dieser Junge in der Schule und in seiner Gruppe von Freunden. Abgesehen davon, dass er nicht wirklich beliebt war, war er einfach eine starke Persönlichkeit, die die Menschen um ihn herum dazu brachte, ihm zu folgen. Wir haben viele verschiedene Ideen durchgespielt, wie man ihn fertig machen könnte. Körperliche Gewalt war fast der einfachste Ausweg, aber wir wussten auch, dass wir kaum eine Chance hatten und damit zur Zielscheibe werden würden und es ihm außerdem leicht fallen würde, einen Grund für unseren Angriff zu erfinden, der nicht der Wahrheit entsprach. Dann kam einer aus unserer Gruppe auf eine Idee, die wir aufgriffen. Die Eltern des Football-Spielers waren sehr kirchlich. Er selbst war ein kirchlicher Junge, aber jeder wusste, dass das nur eine Täuschung war. Sein Haus lag an einer belebten Straße in der Stadt, die zur Kirche führte. Seine Eltern hatten einen gepflegten Rasen, einen Blumengarten und das Haus lag auf einem leichten Hügel, der sich von der Straße abhob. Die perfekte Werbetafel für unsere Botschaft. Zufälligerweise wussten wir, dass er und seine Familie an einem Wochenende bis zum späten Samstagabend nicht in der Stadt sein würden. Also machten wir uns am Freitagabend an die Arbeit. Wir besorgten drei Benzinkanister und schrieben in großen Buchstaben, die vielleicht einen Meter hoch waren, auf den gut gepflegten Rasen. John ist ein Vergewaltiger. Da wir wussten, dass es einen Tag dauern würde, bis das Gras vollständig abgestorben war, wussten wir, dass es am Sonntagmorgen fertig sein würde. Die Kirche begann am Sonntag um 9 Uhr und um 9 Uhr war das Gras tot und gelb und es stach wie ein Schild in die Stadt hinein. Der größte Teil der Stadt war vorbeigefahren und in der Kirche wurde darüber gesprochen. Um 9.30 Uhr hatte sein Vater den Rasen mit einer Plane abgedeckt und ließ ihn Anfang der nächsten Woche erneuern. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Hier nahm die Geschichte eine Wendung, die wir nicht kommen sahen. Am nächsten Tag sprach er sich in der Schule schnell herum, was passiert war. Er war nicht da, er kam gar nicht erst zurück. An diesem Tag gingen zwei Mädchen in das Büro des Vertrauenslehrers und berichteten, dass er sie auch vergewaltigt hatte. Sie hatten gehört, was passiert war, und wussten nun, dass er eine andere missbraucht hatte, und waren der Meinung, dass das aufhören musste. Er war damals 17 Jahre alt und wurde nicht als Erwachsener angeklagt, aber er musste nachsitzen und kam nie wieder in die Schule zurück. Ich habe nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Unsere Freundin war anfangs sehr wütend auf uns, obwohl wir nie zugegeben haben, es getan zu haben, aber sie kannte uns. Sie wusste, dass wir die Weißen Ritter sein würden, um sie zu verteidigen. Ein paar Wochen später, nachdem sich alles geklärt hatte, wurde sie wieder sie selbst und sagte ihrer Freundin, sie sei froh, dass er gefasst wurde und dass er geoutet wurde. Das ist also meine Geschichte, wie wir uns an dem großen Footballspieler der Stadt gerecht haben. Freitagnacht kann es hier auf dem Land manchmal etwas verrückt zugehen, also macht es mir nichts aus, wenn meine Nachbarn Krawall machen oder eine laute Party veranstalten, solange es nicht zu verrückt wird. Heute Abend bin ich auf Abruf für die Virginia State Police Abschlepper, was bedeutet, ich habe 25 Minuten, um dorthin zu kommen, wo immer ein Wrack oder Falschparker ist oder ein Betrunkener nicht mehr weiterfahren darf. Wie es der Zufall will, feiern meine Nachbarn gerade eine Party und ratet mal, was meine Einfahrt blockiert. Richtig, etwa 25 bis 30 Autos. Ich wohne an einer unbefestigten Straße am Ende einer Sackkasse und die ist ziemlich eng. Eine Einfahrt, eine Ausfahrt und bei diesem Regen, den wir hatten, ist das Parken im Gras, Lehm, Schlamm wirklich nicht die beste Idee. Selbst mit einem Allradfahrzeug kann es schwierig werden. Ich habe am frühen Abend ein paar Autos gesehen und bin zu meinen Nachbarn gegangen und habe ihnen klargemacht, dass ich auf Abruf stehe und solange sie nicht die Straße oder meine Einfahrt blockieren, alles in Ordnung ist. Anscheinend keine Probleme hier. Ich bekomme einen Anruf von meinem Chef, der mich fragt, ob ich den Rotator und die leichte Pritsche, Abschleppwagen, mitbringen kann. Es ist etwa halb eins und eher Nacht, also ziehe ich meine Stiefel und andere Sachen an. Denn wenn ich schon mal auf bin, kann ich auch gleich in der Werkstatt bleiben und ein paar Sachen putzen, um beschäftigt zu bleiben und die Nacht rumbringen. Ich steige in mein Auto und als ich rückwärts aus der Einfahrt fahre, bemerke ich, dass ich blockiert bin. Und zwar nicht nur von einem Auto, sondern von fast 15 verschiedenen Fahrzeugen. Ich gehe in aller Ruhe zu meinen Nachbarn hinüber, die etwa 200 Meter entfernt wohnen, und während ich sie in der Menge betrunkener Teenager suche, will irgendein Idiot wissen, warum ich auf seinem Grundstück stehe. Er ist nicht der Grundstückseigentümer, ich habe diesen eleganten und charmanten Herrn noch nie gesehen. Schließlich finde ich meine Nachbarin und frage sie, ob sie die Autos wegfahren kann, ich muss zur Arbeit. Sie sagt in einem normalen Ton, schreit nicht über die Musik, ins Haus. Wer auch immer die Einfahrt nebenan blockiert, fahrt eure Trucks weg. Dann schlägt sie mir die Tür vor der Nase zu. Ich klopfe erneut und sie antwortet mit einem Betrunkenen, oh Gott, schon wieder diese Schlampe? Ich gebe mein Bestes, um ihr zu erklären, dass ich auf Abruf bin und meine Einfahrt verlassen muss, um zur Arbeit zu fahren. Sie kommt zurück, verliert etwas Bier aus ihrer Flasche und ruft, es sei eine Party, entspann dich. Dann schließt sie die Tür in mein Gesicht und schreit, scheiß auf die lesbische Fotze. Ich rufe die Zentrale an und fordere so viele LKWs an, wie wir heute Abend zur Verfügung haben, etwa 10, und sage ihnen, sie sollen vorbeikommen. Ich rufe die Polizeizentrale an und frage, ob sie einen Beamten schicken würden, falls die Dinge aus dem Ruder laufen, und sobald er bei mir eintrifft, rollen meine LKWs an, heben die Fahrzeuge auf die Ladefläche und bringen sie auf den Abschlepphof. Wir sind bei den letzten drei Fahrzeugen angelangt. Ein gelber Civic, ein goldener Silverado und ein alter F1-5-0. Der Besitzer des Civic setzt sich in sein Auto und fährt davon. Das Silverado-Mädchen, das ziemlich betrunken wird, bleibt mit ihrem Auto stecken und beginnt meinen Rasen zu zerstören. Mein Eigentum. Ein Polizist geht rüber zu ihr und sie bekommt einen Wutanfall. Lange Geschichte kurz Sinn, sie wird für Alkoholkonsum Minderjähriger und Fahren unter Alkoholeinfluss verhaftet wird. Der Ford-Besitzer taucht gar nicht erst auf. Nach all den Beschlagnahmungen komme ich zur Arbeit und habe Kaffee und Snacks für meine Fahrer dabei. Morgen ist kein Arbeitstag, was bedeutet, dass die Fahrer, wenn sie ihre Autos zurückhaben wollen, die regulären 289,50 Dollar plus zwei Tage Lagerung zu 55 Dollar pro Tag und 100 Dollar Abschleppgebühren zahlen müssen. Ich vermerke in jedem einzelnen Aufbewahrungsblatt Papiere, die die Fahrzeugbesitzer erhalten, dass ich dem Mädchen, das die Party veranstaltet hat, dafür danke, dass wir die Autos abschleppen durften. Mehrere Eltern der Kinder haben angerufen und wollten wissen, wo ihre Autos oder Trucks sind. Ich gab ihnen die Adresse des Hofes und sagte ihnen, sie könnten jederzeit kommen. Als sie anfingen, über illegale Abschleppungen zu schimpfen und mit Anwälten zu drohen, zeigte ich ihnen Bilder ihrer Autos mit Parkverbotsschildern. Und erklärte, dass ich versucht habe, mit der Eigentümerin des Grundstücks, das bin ich zu reden, aber sie war es leid, von betrunkenen Teenagern blockiert zu werden. In meiner Straße stehen Schilder, auf denen steht, dass das Parken verboten ist und man die Einfahrt nicht blockieren darf. Verärgert keine Abschleppwagenfahrerin, sie wird eure Fahrzeuge ganz legal mitnehmen. Edit, die Einfahrtsgebühr gilt nur für den Feierabend, sie deckt die Kosten für die Überstunden des Büropersonals, das mitten in der Nacht aus dem Bett aufstehen und zur Arbeit kommen muss. Und wie schlafe ich nachts? Mit einem Glas Schokolade in Milch beim Lesen. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder vorbeigeschaut habt. Wir veröffentlichen täglich neue Videos. Durch ein Abo, das für euch komplett kostenlos ist, helft ihr uns dabei weitere Videos zu machen und ihr verpasst keins der neuen Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.